Der Monatsmarkt in Fischermend ist ein beliebter Treffpunkt für regionale und saisonale Schmankerl. Nun präsentiert er sich noch vielfältiger. Dazu standen diesmal die Väter mit ihren Kindern im Fokus. Der Vätertreff vor dem Vatertag bot ein vielfältiges Kinderprogramm, das sichtlich genossen wurde. Der Fischermendermarkt blickt auf eine lange Tradition zurück und ist ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Gemeinde. Der Monatsmarkt lockt mit einem bunten Angebot an Produkten und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm. Frische und saisonale Produkte aus der Region, von Kleidung bis hin zu köstlichen Schmankern, lassen die Herzen der Besucher höher schlagen. Wir machen immer wieder Rahmenprogramme. Wir haben mit der Sandra Rohrer eine Dame, die sich gut auskennt, die Marktorganisation macht, die unterstützt mein Team. Und so sieht man, es gibt neue Standler, es gibt neues Angebot und das wird hervorragend angenommen. Die Familien kommen her und unser Bürgermeister, unsere Stadtgemeinde ist so bemüht, dass wirklich immer ein Programm für die Kinder ist. Ein Programm für die Erwachsenen und das ist natürlich ein großer Anziehungspunkt. Zusätzlich haben wir heute sehr viele neue Aussteller wiederbekommen. Die Grundnahrungsmittel sind wirklich abgedeckt. Eier, Brot, Käse, Wurst, alles was man benötigt fürs Wochenende ist da. Das Gemüse nicht zu vergessen und einige neue Dekorationsartikel und Selbstgemachtes ist auch neu dazu gekommen. Anlässlich des Vatertags fand diesmal ein besonderes Vätertreffen statt. Alle Papas am Markt wurden mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Gutscheinern überrascht. Wir machen das seit ein paar Jahren, dass wir eben zum Muttertag und zum Vatertag spezielle Aktionen starten. Beim Muttertag haben wir Geschenke der Marktstandler, also Honiggeschenke verteilt. Und beim Vatertag gibt es natürlich auch Aktionen für die Kinder und natürlich auch ein Getränk für die Väter, die mit ihren Kindern da sind. Väter und die dazugehörigen Kinder bekommen einen Bohnen, einen Getränkebohnen, den sie hier bei der alten Feuerwache einlösen können und schon einen kleinen Vorgeschmack auf den morgigen Vatertag. Heute gibt es hier den großen Vätertreff. Wie finden Sie persönlich denn generell diese Idee? Ich finde es sehr gut, da kann man sich mit anderen Vätern sehr gut austauschen. Ich bin ja selber Vater von einem Sohn und für mich ist es ganz wichtig, mit anderen Vätern zu treffen, damit man sagt, okay, er macht das mit seinem Kind, er macht das. Dann lebt man was dazu. Ich bin grundsätzlich sehr gut und unser Bürgermeister ist da sehr aktiv und hat wirklich immer sehr tolle Ideen. Wie wichtig, glauben Sie, ist es auch, dass eben die Väter hier ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt werden? Das ist ganz wichtig, denn nicht nur Muttertag muss gefeiert werden, sondern auch die Väter übernehmen. Eine ganz tolle Rolle habe ich jetzt gesehen, bei den Hüpfburgen so viele aktive Väter. Es ist herrlich anzuschauen. Deswegen müssen sie gelobt werden und beschenkt. Naja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben im Fischermain tolle Kindereinrichtungen und ich war mit meinem Sohn auch schon zum Beispiel beim E-Kids und bei diversen anderen Einrichtungen. Wir gehen auch gemeinsam am Spielplatz. Also ich glaube, die Rolle der Väter hat sich zum Glück gewandelt und es macht jetzt nämlich viel Spaß, auch gemeinsam Zeit mit den Kindern zu verbringen. Was genau haben Sie denn heute alles mitgebracht für die Menschen? Ja, ich habe Schnaps. Ich bin ein Schnapsbrenner, ein sogenannter Abfindungsbrenner in Fischermain und bin sozusagen ein lokaler Aussteller. Wie wird das Ganze denn heute angenommen von den Menschen? Wie sind so die Rückmeldungen? Man muss dazu sagen, dass Schnaps nicht jetzt unbedingt so ein Renner ist, aber besonders auf den morgigen Vatertag bezogen, gibt es doch einige Kunden, die ein Fläschchen für den Papa mitnehmen. Bei sommerlichen Temperaturen herrscht am Markt eine ausgelassene Stimmung. Besucher schlenderten gemütlich über den Markt und genossen das vielfältige Angebot. Herrlich, herrlich. Ich kann nicht viel sagen. Die Sonne ist da, das Wetter passt, die Leute haben super Laune, das mit dem Vätertreff ist wieder ganz wunderbar eingefädelt, es für alles gesorgt, was man braucht. Was glauben Sie, macht doch generell im Fischermain der Markt hier so beliebt bei den Menschen? Weil wir jetzt jedes Monat ein, ähm, irgendwas Besonderes haben. Ich verrate das jetzt natürlich nicht und das ist Überraschung für unsere Bevölkerung und wenn sie kommen, werden sie es genießen. Natürlich, der Fischermain der Markt ist ein guter Treffpunkt für Jung und Alt, sage ich einmal. Man kann sich mit vielen Leuten austauschen und natürlich auch mit den Vätern, wie heute. Wie wichtig, glauben Sie, ist doch generell so ein Markt für einen Ort? Ich bin ein großer Anhänger davon, denn es ist eine der wenigen Möglichkeiten, beim Einkaufen auch Kommunikation zu betreiben. Man geht nicht durch angeschlichtete Regalgassen, sondern geht durch ein vielfältiges Angebot und hat auch die Möglichkeit, etwas zu verkosten oder mit dem Hersteller zu plaudern. Der Fischermain der Markt erfindet jeden zweiten Samstag im Monat statt. Der nächste Termin ist am 13. Juli.